Wie funktionieren die noch mal? Das ist mal Hotkeys, kann mal Hotkeys. Oh, Alter. Da verkrüppelt man sich ja die Finger, wenn man das so macht. Deswegen würde ich den Hotkey ganz gerne ändern. Oh, die ist aber schneller als ich dachte. Oh, er hat sie gefunden? So schnell? Immer noch nicht fertig, die Expansion. Oh, das dort halt. Ich habe ihm wenigstens die XP geklaut, von daher. Ich habe das Gefühl, die sind super seltsam zu spielen in der League M. Ich habe das Gefühl, die haben ein geringeres Income als die anderen Rassen. Also ein sehr viel geringeres Income. Oh Gott, der macht das Camp jetzt hier gleich. Dann hole ich mir das Health hier. Ja, jetzt müsste mein Income echt langsam mal hochgehen. 12, 12 und da sind 7. Upgrade noch nicht mal zur Hilfe durch. Er kommt schon. Ich habe mich noch mit den Podcast. Jetzt bin ich damit. Jetzt bin ich sicher. Okay, ich habe hier noch Lust, dass ich etwas Zeit da bin. Ich kann das auflegen. Wie es ist doch einб Oh Gott, wenn ich mich sicher. 250 ist echt teuer Ja, lass mal nicht hinterher greeden Kobolden, Bestien, Silberbrechen, Magmadorn, Trampeln Affiziert, 100 Okay Dann steigern wir erstmal das Income ein bisschen Moll in einen wunderschönen Delta-Banane, wie geht's? Das ist mein erstes Match als Infernal Eigentlich noch schnell Ne, 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 die sind zu langsam, wenn der den Speed Buff hat, ne? Ich kann schneller Ding holen Ich weiß nicht, wie geht's? Ich weiß nicht, wie geht's? Wir wollen eben erstmal die Vision nehmen Er kriegt aber schon ziemlich Probleme Langsam Medik haben wir bekommen Das ist schon mal viel wert Dann versuchen wir, gucken wir mal, ob er da expandiert hat Not enough Lumenite I will get your point secure Ich guck gleich wieder auf den Chat, sorry, wenn ich grad nicht reagiere Nichtsverwischen So, du schlafen will ich mich, so habe ich mit deinen Lieblingszusch... Ah, das gefällt mir doch wunderbar, aber es ist Low-Quality-Gameplay heute hier, also immer eigentlich. Sind die Infernals eigentlich auch gar nicht mal so uncool? Das einzige, was ich irgendwie seltsam finde, ist das Early-Game, ich hatte das Gefühl im Early-Game sind die total im Nachteil. Also die Hexe ist eine coole Arrest-Möglichkeit, haben wir ja gerade eben gesehen, aber also overall, ich habe das Gefühl, als wenn das Income bei denen so schwach ist im Vergleich zu den anderen beiden, dass ich das dreifache an Worker brauche um mithalten zu können und äh, die ganze Zeit expandieren. Er hatte halb so viele Ressourcen wie ich und das war echt knapp zwischendurch. Das ist das, was mich an Infernal stört, ich habe das Gefühl, ich brauche das doppelt an Ressourcen. Ah, fuck, Kaffee leer, ich ruge mir immer ganz schnell einen Kaffee, gib mir mal zwei Minuten, bitte. Oder drei. Oder drei, zweiund sollte. �te reichen.